Mein Magen ist an die Seite gekippt. Das sieht sehr komisch aus, wenn ich da noch Holz reinpacke. Dann stell ihn wieder gerade hin. Nee, das ist zu lustig. Das ist sehr abstrakt. Geil, Melvin. Kommst du überhaupt noch hinterher? Hm? Na, dir fällt ein Baum nach dem anderen. Kommst du überhaupt noch hinterher? Nee. Okay. Hier, ich habe mir nur eine Pause verdient, glaube ich. Ja, mach doch erstmal die ganze Shade da voll, bevor du immer wieder zur Mauer fährst. Zu viele Bäume. Ich kann die Wald nicht mehr sehen. Ich sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. War da nicht was? Ja. Heute ist auch irgendwie der Tag, wo du die Witze raushaust. Muss ja sein. Ich hatte den ganzen Vormittag so einen beschissenen Tag. Ach. Dann kann ich abends wenigstens mal ein bisschen blöde labern. Du fällst zu schnell Bäume. Warum? Ich gehe von Baum zu Baum. Oh, Mann. Und ich gehe vom Schramm zu Stamm. Ist deutlich schwieriger. Komm nicht hinterher. Wie gesagt, mach die Shade da erstmal alle voll. Dann macht sich das Bauen auch viel einfacher. Mache ich gerade. Komm trotzdem nicht hinterher. Husche hier überall durch. Äh, da muss ein Seil hin. Guck mal, ich helfe dir. Ich habe drei Baumstürme verbaut. Oh, danke. Von, äh, 50. Der nächste fällt gleich. Jetzt ja noch mehr. Ja. Ich beschwere mich jetzt nicht über Bäume, aber... Naja. Wird Zeit, dass die anderen zwei online kommen. Ja. Müssen mich mal ein bisschen unterstützen. Oh, hier liegen ja auch schon welche. Ich bin jetzt mal irgendwann drum rum. Um die Base. Gott. So, jetzt kann ich die nur noch einbauen. Ja, nur auf Spaß. Okay, mein Wagen ist wieder gekippt. Ja, solange du noch nicht in die Luft gehst damit. Ja. 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 Und es werden nicht weniger. Ja. 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 Es gehört halt auch dazu. Ja. Ja. Gucke mal, du willst mich doch jetzt. Der ist doch gut gefallen. Ja. Ja, aber Meryn. Ja. Ich fange jetzt an der Seite weiter an, okay? Auf welcher? Wo bist du? Wo du aufgehört hast mit Bauen. So ein Spaß. So eine lustige Folge. Ach Gott. Nein. Melvin erschöpft. Ike lasst mich aus. Perfekt. Nein, ich lache doch nicht. Nein. Das würde ich niemals tun. So, und jetzt mache ich es dir gleich einfacher. Beziehungsweise mir. Jetzt fallen gleich mal fünf Bäume. Na, okay, vier. Ich könnte jetzt noch sagen, aber das will ich nicht. Wir sind fies. Ne, komm, ich helfe dir jetzt mal kurz hier. Ja, bis draußen sind sie nicht geflogen. Und das wird wieder Nacht. Ja, ja, und ich habe ein Torflaschen. Ja. Dann kann ich nämlich hier die nächsten Lampen hinsetzen. Ich muss hier immer schön wissen, wo die Tore sind. Oh, Lieferung. Hier ist alle. Ich brauche neues Holz. Aber gucke mal, die Fackeln an den Türen haben was Gutes. Das ist ein Bereich, der... Hey, was ist da? Entschuldigung, meiner. Ah, hier. Ach so. Mann, Mann. Da fährst du erst mal gegen Baumstümpfe. Ey, ich will ja nichts sagen, aber das ist schon wieder alle. Ah. Hey. Ich bring grad wieder neues. Dabei frage ich mich, was du machst. Hier liegt noch so viel Holz rum. Ja, ich bring erstmal einfach die Wagen da hin. Ich seh halt nichts mehr. Du kannst noch mal gucken, ob man schon schlafen kann. Äh, ja. Ich kann nicht gucken. Ich komme jetzt einfach mal mit dahinter, weil... Ich habe kein Holz mehr. Man kann noch nicht schlafen. Ente mit dem einem Holzstamm rum. Ne, das waren zwei. Ach so. Sah aus wie ein großer. Aber okay. Okay, ja. Pass auf, das merke ich mir jetzt. Hä, was? So, jetzt mache ich die doppelte Arbeit. Jetzt fähig ich den nächsten. Du. Ne. Kiesel dich ab. Oh, der ist sogar wieder lang. Ey. Aufwand. Beobachte dich jetzt. Wo ist das andere Holz? Weiß ich nicht. Hä? Es ist zu dunkel. Ich weiß, wo es ist. Oh. Endlich doch ein Tor. Warum benutzt du nicht das? Ich mag es, durch die Wände zu rennen. Hobbies durch Wände rennen. Aber wir sind gut vorangekommen. Hier hinten liegt ja immer noch Holz rum. Also, Melvin. Ich sag, nee. 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 Warum gehst du jetzt mal herum, dass ich die Holzstämme nicht eingesammelt habe? Ist es das? Äh. Warte mal. Wenn ich jetzt sage, ja, schießt du mich ab. Wenn ich jetzt sage, nee, äh. Schießt du mich trotzdem ab. Ja. Ja. Aber mir ist kalt. Also geht es. Ja. Ich habe euch gehört, meine Freunde. Ach. Gibt es wieder Besuch? Ja. Okay. Ich speichere. Ich werfe den Kiesel ab. Äh. Kann man die Nacht schon überspringen? Nee. Scheiße. Ich habe den Baum gehittet. Deswegen geht das nicht. Oh, nö. Oh, nö. Egal. Melvin war es. Oh, nö. Ich denke, man kann die Dinge anzünden. Der hat eine Kamera am Mund. das war bestimmt so ein vlogger aber wieso hat hier einer geschrien und jetzt ist ruhe das ja ist nicht schön das ist gar nicht schön die ersten mutanten auf die könnte ich jetzt ehrlich gesagt sogar noch verzichten ja weil wir fast nichts haben ja das kommt nicht aus der forest nee hörst du das? ja oh dieser stummtiger ey der geht mir so auf den kranz ich hör es nur so gezämmt ich weiß nicht warum aber wenn ich hier ausgezogen bin hab ich da vor ruhe ja dann hört man es abends nur noch in den terrarien randalieren wenn die schlagen wieder so doof sind die sollten sich einfach mal fallen lassen oh da ist ein knochen drin das reicht für ein stück knochen rüstung ja bitte sehr jetzt hab ich immerhin schon mal vier ja apropos speichern siehste aber man kann die nacht überspringen gut nicht ne das ist